Kuriose Fakten. Wie lange schlafen eigentlich Tiere? Schnecken schlafen für bis zu 13 bis 15 Stunden am Stück und bleiben dann für 30 Stunden wach. Ich schlaf 8 Stunden am Stück und werde niemals richtig wach. Ein Okapi liegt zwar um die 6 Stunden rum und ruht sich aus, schlafen tut es aber nur für 30 Sekunden. Das wiederholt das Tier pro Nacht rund 10 Mal. Es schläft also effektiv 5 Minuten in der Nacht. Arbeiterameisen schlafen am Tag so 253 Mal für etwa 1,1 Minuten am Stück. Insgesamt also rund 4,6 Stunden am Tag.